schon wieder nicht mehr den den Platz, den ich brauche den ersten eigentlich wow, ich hab das Ding gerade abgerissen oder was wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert auch Tod, verpiss dich nein, 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 so nicht so nicht, so nicht jetzt ist weiter oh, scheiße, Mann, ey alter, wie schwer Uh... Heilige Krakilas gibt es doch nicht, ey. Diese Scheiße kommen immer zu, ne? So. 70 Punkte immerhin. Gut. So, jetzt kommt... Achso, die haben es schon. Sehr klar. So, von den Temperaturen ist eigentlich alles noch normal. Das sollte das hier nicht abstimmen. Ich hoffe, dass es mal so eine Aufnahme ist. Moment, ich glaube, ich kann jetzt mal eben einen Cut machen, dass ich nicht die geilsten Karten mal machen muss. Ich will da trotzdem noch ein Stück aufnehmen. Kann man das nicht überspringen? Nein, kann man nicht. Ich drück auf die Taste, denn wem Bekloppte. Ja, Taste. Die Knüffe muss ich übrigens auf ein Nummern-Pad legen, weil der erkennt meine Shooter... Was? Ups, das habe ich auch so gesehen. Irgend... Kack. Bepis dich. Flipboard-Manager. Ähm. Ähm. Der, wie gesagt, er kennt meine Shooter, meine hinteren Shooter-Tasten nicht, also R2 und L2. Und er erkennt meinen Rechner, einen Logsticken-Chan, den Emulator hier, warum auch immer. Hier liegt es am Plug-in oder am Emulator selber. Das liegt eher am Plug-in. So. Okay, ich mache jetzt erstmal einen kurzen Cut, nicht, dass ich einen Kacken-Mal machen muss. Also bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Haben sogar eine halbe Stunde aufgenommen, das hätte ich nicht gedacht, nur... Okay, so. Wo waren wir denn jetzt Stinken-Blieben? Wir waren beim zweiten, glaube ich, Stinken-Blieben. Beim zweiten Cup oder so. Genau. Kommt jetzt der dritte. War-Wario-Wario-Wario-Stadium. Auch eine der blödesten Strecken. Aber nur gut. Da waren wir mal. Na, 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 na. Beim wieder 50 Kurven. Ich hasse Kurven. Hab ich das schon mal gesagt, dass ich mich gleich die Kurven hasse? Ja, das geht mit dir all wieder all auf Kekse. Warum ist das Toad-Ester? Das ist immer kein Sinn, dass man dem Charakter Erster ist. So, so. Okay. Oh, sag mal. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Bowser, verpiss dich. Bowser! Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Rönne ich das mal bitte ein. Danke, so. Oh, jetzt würde ich die gerne irgendwie erwischen. Ne. Es ist einer schon mal und der zweite auch noch. Sehr gut. Muhahaha. Boing, doing, 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 doing. Doing, dodoing. Doing, dodoing. Doing, 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 doing. Nein. Oh, jetzt holt ich mich wieder auf. Das gibt's doch nicht. Hallo. Geht mir nicht auf den Keks, ja. Meine Fresse, ey. Das ist doch nicht normal. Oh, das war Mist. Das war das richtige Mist. Komm, fahr zu. Warum fährt er jetzt nicht? Was soll das? Das ist jetzt hier richtiger Mist. Ja gut, das ist ja erst die erste Runde vorbei, aber... Ach, ich freue mich schon auf die... Auf die... Auf Rönnboi-Dingsi, ne? Ähm... Wie ist die Strecke? Keine Ahnung. Hab ich schon von Namen vergessen. Scheiße. Ähm... Rönnboi... Keine Ahnung. Also auf die... Auf die Rönnboi-Strecke. Die ist ja übelst lang. Ist so lang wie... Keine Ahnung. Wie... Deine Mutter! Ne, ähm... Ah, die geht, glaube ich, eine Runde, zwei, drei Minuten oder sowas. Das ist schon relativ lang hier. Ähm... Ne, ne, ne... Ne, ne, ne... Ich bin jetzt so viel zum Placitor. Liegen wir, ob jemand reinfährt. Ich glaube nicht. So, erster. Ist gut. Ne, ne. Ach so, mal lasst mich nochmal zufrieden. Ist doch nicht hier. Meine Fresse. Warum sind die beiden eigentlich erster? Ja, das macht keinen Sinn. Irgendwie. Hm. Boah, toll. Ich schnippe die. Schwier. Naja. Ich bin schon irgendwie ein bisschen Nachteil. Weil die jetzt was haben, was ich nicht habe. Höhöh. Ist klar, ne? Und ich luchze am Bein. Äh... Scheiße. Ah, Mist. ja 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 ha 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 mega pilz auf dem so macht das wird übelst knapp hier alter das gibt's nicht na hallo ich wollte einfach irgendwie ein bisschen abgeschreckt gewinnen Obwohl wir den ganzen Scheiß kaufen kommen. Vielleicht irgendwie so wenig kaufen wie möglich. Das ist vielleicht besser. Hm. Irgendwie muss das doch möglich sein. So. Irgendwie muss das doch möglich sein, so wenig kaufen wie möglich fahren zu müssen. Mikashi. Bei der Strecke geht es ja nur einigermaßen. Wenn die mich nicht ständig überholen würden. Meine Güte. Was kriege ich? Was kriege ich? Gar nichts oder was? Gar nichts. Super toll. Das ist natürlich jetzt wieder richtiger Mist. Hm. Naja. Das ist immer langsamer in den Gruppen, ey. Ich sage es immer wieder. Das ist richtig Mist. Jetzt habe ich natürlich keinen Fragezeichen-Glock bekommen. Super. Super, super. Ey, hallo. Das ist die letzte Runde, freut verdammt nochmal. Lass mich zufrieden, ja. Du blöder Wichser. Das ist doch nett, Mann. Ja, hallo. Ja, hallo. Halt die Fresse, Mann. Ach, scheiße. Ja, komm schon. Ja, ja. Oh, danke. Alter. 4,5 Minuten hat das gedauert, ey. Boah. Heilige Kacke, ey. Maß in der Strecke, ey. Ohohohohoho. Okay, mindestens haben wir schon mal 9 Punkte. Mindestens etwas. So. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohohoho. 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 Ich hatte diese Schrecke wie die Pest. Genau deswegen. Genau deswegen. Wegen diesen scheiß blöden Pinguin. Und wegen diesen scheiß blöden, ähm, hier, ähm, Eis. Aber ich wollte ihn gar nicht erwischen. Ich wollte Toad erwischen, Gottverdammt. So. Und wegen dieser Höhle hier, die ist nämlich richtig Mist. Nanananananaana. Oh ja, Donkey Kong! Ist klar, man. Himmel lag noch 1. Scheißen Dreck, jetzt habe ich wirklich keinen erwischt. Ähm... Block mehr erwischt. Jetzt hat der noch, und ich bin gerade die Kotze. Äh, 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 scheint mich aber ganz so schlecht, finde ich. Bisher. Das kann aber noch ändern. Das kann ich aber jetzt ändern. Aha, mit dem scheiß... Mit diesem scheiß grünen Panzer trifft man kaum was. Das ist richtiger Mist. Das ist richtiger Bock, Mist, ist das. Dass man mit dem kaum was trifft. So, nein, du erwischst mich nicht, Pinguin. Das kannst du vergessen. Wo ist, wo ist dieser scheiß Affe? Hallo, wilde Affe. Ach, da bist du. Nein, 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 das kannst du vergessen. So. Ja, sehr gut. Autsch. Scheiße, das war nicht so gut. Ja, Mann, ist klar. Erste Runde und ich krieg hier vor dir auch eine auf die Mütze. Ähm. Yeah, muahaha. Haha, bist du gegen den Schein gefahren und bist auch noch gegen das, he? Blöder Toad. So, das ist der voll hier im Vorteil. Das gibt's doch nicht. Mann, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Den krieg ich nicht mehr. Scheiße. So, Alter, belastet dich nicht gut. Nicht wohl, wenn wir zu wenig Vorteile sind. Ja, toll, ey. Oh, nee, du, nee. Nein, nein, nein. Fuck you. Boah, Toad, Alter. Was soll das denn? Ich krieg die Kotze. Ja, toll. Jetzt bin ich mit Toad und Toad auf einen Stufe. Das ist ja richtiger Mist. Oh, und die Strecke. Oh. Da werde ich sowas von abkacken. Die ist nämlich richtig schwer, die Strecke hier. Weil wenn der gerne mal ins Wasser fällt, das ist nämlich das Problem. Vor allem mit Loshi. Oh, Mann. So, du verbisst dich schon mal. Ach so, mal. Das ist hier genau das Ding, nämlich wie diesen Scheiß-Kurven. Das sind die nicht ordentlich nehmen kann. Das ist richtiger Bock, Mist. Ja, Mann, ey. Oder noch Piranha-Pflanzen, super. Aber was das die Viecher darstellen soll. So. Und du verbissst dich auch mal bitte. Danke. Geht doch. So. Hör mal wenigstens den kleinen Fosch-Kurven. wenigstens etwas. Nein, 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 nein. Da fallen wir nicht ein ins Wasser. Das wäre richtiger Bock, Mist. Alter. Das ist hier gar nicht gut, das Ding antesten zu wollen, glaube ich. wir haben kaum Vorsprung, das ist doch ach was was soll das alter gottverdammt nochmal so ja toll, das hat jetzt voll was gebracht das ich abgebremst habe ich muss Erste werden, sonst habe ich ein Problem nachher bei der Wertung ach ja man ey zum Glück ist es nur die zweite Runde so, bald schon wieder zu Ende ach das ist doch nicht mal hier alter verweiter ich muss das aber wieder abspringen ne, ok ach man ey was soll der Mist ach fünfter, ja am besten noch weiter hinten dass ich ihn nicht mal aufholen kann man ey, das ist doch nicht mal hier das ist richtig Bock Mist als ich in die Pest jetzt lohnen die Beine hoch, ich glaube ich nicht mal ein kann man vergessen kann man mal vergessen na, einen habe ich erwischt zweiter bin ich wenigstens so und ich werde mich auch zweiter, sonst habe ich ein Problem jetzt habe ich ein richtiges Problem außer hoch ich glaube ich nicht mal ein oh, sag mal kaum ein bisschen Kurve und schon wieder auf eine Bananenschale gefahren toll aber wenn ich die mal erwischen würde Gott verdammt ich hasse diese grünen Panzer die sind zu nichts nutze außer als alt Schild oh, ich habe meinen eigenen Panzer ist aber richtig geil ey boah, alter meine Fresse ey dritter, toll ne, da hole ich keinen mehr ein und vor allem nicht, wo ich hier über die Gras fahre toll vierter vierter vierter, Gottverdammt Guck dich diese Mist an ey das ist doch nicht normal hier Mann ja scheiße Mann oh und nochlaufes Castle 100 Kubik ist nichts für mich sten da vergessen das spiele ich nicht normal das ist mir nicht so schwer Oh ja, und jetzt ist der Sextound. Oh, cool. Was? So, mein Gott, geht denn hier ab? Warum ist der hier zu bunt? Das hat nicht so zu sein. Wow, zerstört, wow, 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 wow. Ich glaube, das ist ein Grafik von der Formulator, aber das kann man auch nicht beheben. Toll. Siebter! Nicht dein Ernst! Siebter! Nicht dein... Och, nee! Ja, ist... Geil! Geile Sache, ey. Und ich fahr immer so gegen die Schaltsachen hier, das gibt's doch nicht. Man, alter. So. Halt der Gekake, das gibt's doch nicht hier. Siebter, Sechster. Und das natürlich nicht erwischt. Super. So, mal eine Abkürzung nehmen. Das kam mir ja im Gegensatz zu den NPCs. Ach, du Misting! Mann! Alter! Ich glaub, ich würd' die Strecke nochmal fahren müssen, wenn das weitergeht. Was? Pest, ey. Das schaff ist ja ein bisschen... Gut. Ich glaub, das bringt nicht sehr viel. Nur ein bisschen Abstand aufzuholen. Sonst... Oh... Alter! Das müsst ihr euch mal geben hier, ey! Och, ja, Mann! Schon wieder toll, ey! Ich krieg schon wieder ja keinen mehr! Das ist wie die Pest hier, ey! Na, also... Diese Strecke ist richtig Mist! Nein, 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 nein! 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 Ach, du fucking ernst? Ich kann nicht... Ich kann nicht retryen. Das ist das Problem. Sonst würde ich jetzt retryen. Das schaff ich ihn nicht mehr. auf dem fünften Platz zu kommen oder auf dem ersten Garp. Nein! Ach, nein! Ja, Mann! Hier! Ach, das ist unfair! Boah! Was gibt's so nett hier? Guck dich den Mist an! Siebter! Ja, Mann! Ja, Musik! Verarsch mich doch weiter, Mann, ey! Hier! Miss-Kack-Strecke! Ja! 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 Hier! Die Kotzebeite! alter das ist ja hier ja ich muss mich ja kurz ein bisschen konzentrieren die oder so keine ahnung guck dich das an die Pappen hier alle auf einer schnugraten Strecke fest das ist doch nicht normal ich bin siebter super toll richtig toll nicht sechster oh ja Pischer bist ich aua aua so zweite Strecke fünfter vierter jetzt ist etwas ach nein voll daneben nein 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 das machst du nicht zweiter erster wow alter es läuft ja mal nein das nein 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 ich hatte das ich hasse es einfach nur auch die ja jetzt nimmt er mir schon wieder was weg ich kenne die kotze hier oh alter ey sag mal es lebt gerade so gut not your fucking ernst hier schon wieder also serious game fucking serious or what das ist so ein also ich glaube gary hatte recht mit das spiel ist einfach nur unfair einfach nur kaltunfaires spiel warum sind die das einfach so komisch ah ja ach ja toll super super sechster platz geil kann schon wieder ein retry machen hey das ist doch nicht normal ey das ist doch nicht normal immer weiter und schneller aaaaaaah quit 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 starcelote ich glaube ich mache Schluss das reicht mir ist es ich spiel es jetzt nicht durch Näh, näh, näh. Es reicht mir jetzt auf den Schwierigkeitsgrad. Au. Wie schlecht kann man sein? Wie schlecht? Data, was ist das? Ah ja, okay. Ah, Rainbow Road. Genau so ist die Straße. Äh, die Strecke. Aha, okay. Naja. Ähm. Das war es jedenfalls. Erstmal mit Mario Kart 64 wieder. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei irgendeinem anderen Let's Play. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.